Nein, ich sehe, auf dem Wikipedia-Artikel steht tatsächlich, dass diese Episoden das niedrigste Nielsen-Rating erhalten haben, was auch immer das heißt. Äh, Brigitte Nielsen? Das hat Brigitte Nielsen nicht gefallen? Oh mein Gott! Nielsen-Ratings are the audience-measurement systems operated by the Nielsen-Media-Research that seek to determine the audience size and composition of television programming in the United States using a rating system. Ich wollte gerade sagen, kennt man allerdings nur in einer Provinz in Luxemburg. Und eine Provinz über den Atlantik. Eine ehemalige englische Provinz. Die ist ja noch gar nicht, 27. The numbers of viewers within the range, 18 to 49 age range. Within the 18 to 49 age range. Also ja, 18 bis 49 sind die wichtigsten. Ah ja, tatsächlich, siehst du? Das ist das Advertising Age. Und das gehört zu diesem Nielsen-Index? Na, das ist auf jeden Fall eine der... Kriterien. Die Statistik, die die einem ausgeben, heute. Ah. Ah. Da, das ist nicht nur bei Priest. Hallo zu Episode 40 des Zylonen-Senders. Wir sind heute in einer kleinen Besetzung, weil wir nur sehr unwichtige Folgen besprechen. Heute dabei sind aber der Ben. Jan, hallo. Und der Jan ist auch da. Yay, endlich nochmal. Hallo und endlich auch der Zimp. Ja, auch mal wieder. Ja, das war es auch schon. Wir sind, wie gesagt, in kleiner Besetzung. Was habt ihr so erlebt seit Episode 39? Haben wir jetzt hier privat gequatschen? Kannst du auch irgendwas ausdenken, was du privat gemacht hast. Das interessiert eh keinen Hörer. Ja, eben. Also eigentlich nicht so, aber dann doch einiges. Und das dann besonders. Ja, aber ich meine, ich war ja nicht oft da in der letzten Zeit. Habe aber jetzt, wo du mich fragst, glaube ich auch nicht sonderlich viel gemacht. Ich konnte halt nur nie, wenn wir aufgenommen haben. Einmal Geburtstag, einmal, keine Ahnung. Hatte ich, ne? Oder war ich? Hattest du, glaube ich. Ich habe jedes Jahr Geburtstag. Ich weiß ja nicht, wann du hast. Aber ich glaube, das fiel auf so eine Folge. Nee, ich hatte Montag gehabt. Mario hatte gestern Geburtstag, was niemandem was hilft, weil es weiß ja niemand, wann wir aufnehmen. Ha. Die da heißt Exodus Teil 1, 2 und 3. Also das Finale der ersten Staffel von Lost. Ah, Moment. Was? BSG, wir machen ja BSG, nicht Lust. Exodus Teil 1 und 2, die da weder ein Staffelfinale noch ein Staffelanfang sind, aber zur Battlestar Galactica gehören. Wie lange hast du daran jetzt gearbeitet? Den ganzen Nachmittag. Ich habe extra Papier gekauft, um es kaputt zu machen. Nein, ich habe das in Google eingegeben, weil ich die Produzenten und sowas rausfinden wollte. Und bei Exodus Part 1 kommt nichts von Battlestar Galactica, wie heißt diese Serie, sondern Lost. Lost, Exodus. Die rufen die Galactica. Genau. Hallo Spencer. Da kommt Lost, Staffelfinale Staffel 1, bei dem ja Sawyer, Walt und Michael. Mit dem Floß die Insel verlassen wollen, dann aber von den anderen direkt vor der Küste wieder aufgesammelt werden per Motorboot. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Guck mal, jetzt brauchen wir Mario. Warum das denn? Weil der immer, Walt, schreit. Das kann Phil auch. Für Leute, die das nicht kennen, hört euch Lost an. Phil hat das in der letzten Episode auch gemacht. Wir müssen das gar nicht wiederholen, das haben die Hörer alle noch im Ohr. Phil ist so gut, ne? Ja. Der hat sich nämlich an zwei Namen hintereinander erinnert, weil er sonst sagt ja immer, er kann sich an nichts erinnern. Und dann fiel mir weder Walt noch Michael ein und Phil ist da voll durchgestiegen. Totale Lüge ist, dass Phil kann sich garantiert an viele Sachen erinnern. Das ist Understatement. Ja, das ist so wie Scotty, wenn man ihn fragt, wie lange es für eine Reparatur braucht. Zwei Tage, ich gebe ihn ein. Ich mache es in einem halben. Genauso. Der Regisseur war Felix Enriquez Alcala und das Buch ist von Ronald D. Moore, habe ich hier hingeschrieben, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht. Nee. Lass mich das nochmal recherchieren. Oder hast du es gerade parat? Writers waren Bradley Thompson und David Weddle. Weddle, genau. Und Ronald D. Moore stand nämlich hier nur als, wie hat IMDB das beschrieben, Moment, Ronald D. Moore, hier, developed by, also die Gesamternebelung. Das ist so wie Matt Greening bei den Simpsons Folgen. Weil er die auch nicht mehr selbst schreibt. Ja, nehme ich mal nicht an. Das ist wie Special Thanks to George Lucas. Wobei, nee, das stimmt ja gar nicht. George Lucas hat das ja immer alles selbst geschrieben. Na gut. Naja, bis auf die neuen Sachen. Naja, aber er war bestimmt mehr involviert als Matt Greening in den letzten Simpsons Folgen. Bei Star Wars, ja, glaube ich auch. Da war Matt Greening gar nicht involviert. Ich glaube, bei Simpsons war George Lucas auch mehr involviert als Matt Greening. In den neuen Staffeln. Okay, kommen wir wieder zur Episode. Jan, du wolltest eine kurze Zusammenfassung geben. Du hast dich geradezu drum gerissen. Ja, ja, klar. Weil entweder Phil oder ich hätten die geben müssen. Und dann habe ich Phil ausgeschaltet und deswegen darf ich das machen. Ach ja. Aber da ich bei der Folge davor, wie heißt die auf Deutsch? In Englisch hieß die irgendwie Precipice. Precipice, Precipice, wie auch immer. Am Abgrund. Kennst du den Witz? Gestern standen wir am Abgrund, aber heute sind wir einen Schritt weiter. Das verstehe ich. Den hätte ich letzte Woche machen sollen, da habe ich nicht dran gedacht. Du kannst mir noch was nicht raten. Letzte Woche hat keiner drüber gedacht. Nein, habe ich ihn ja auch nicht gemacht, weil Timing ist ja das Größte des Humors. Du hättest letzte Woche sagen müssen, heute stehen wir am Abgrund. Ja, eben. Und jetzt hätte ich genau. Du hättest letzte Woche sagen müssen, wir stehen am Abgrund. Und heute dann, heute sind wir einen Schritt weiter. Ja. Leute hätten es gar nicht kapiert. Wahrscheinlich. Also Ende dieser Folge werden ja die zur Exekution rausgekarten Zivilisten vor den Centurios aufgestellt, beziehungsweise die Centurios stellen sich vor denen auf und dann läuft Kelly weg, wird von einem der Kollaborateure befreit und läuft weg und man sieht, wie die Centurios anlegen und feuern, während Kelly irgendwie im Wald hinfällt oder sowas. Und dann kommt das typische Some hours earlier oder eine Stunde vorher. Wenn der Chief nämlich eine Liste mit besagten Deliquenten empfängt oder erhält von ihrer mysteriösen Quelle und die Colonel Tye zeigt. Und ja, da müssen natürlich einige Widerstandskämpfer los, um diese Exekution zu verhindern. Gesagt, getan, machen die dann auch, gehen zur Exekutionsstelle, wo sie eben wissen, wie man sie erreicht. Das macht der Chief mittels, ich glaube Triangulation oder Extrapolation, Interpolation, wie auch immer. Er findet auf jeden Fall die Koordinaten heraus und bewegt sich eben mit seinem Squad dahin. Die legen auch alle auf die Centurios an und Kelly, als sie sich losreißt, läuft unwissentlich natürlich in die Schusslinie. Aber der Chief kann ihr entgegenlaufen, reißt sie runter und anstelle der Centurios, die auf die Menschen schießen, schießen nun die Menschen auf die Centurios. Und wenn man am Anfang nur die Schüsse gehört hat, war man erst vielleicht ein wenig verunsichert, wer jetzt auf wen schießt und ob die Menschen wirklich sterben. Aber nein, die Toaster sterben. Ganz, ganz kurz, ganz kurze Anmerkung, weil Phil ja nicht da ist. Das soll eine Zusammenfassung sein, Jan. Okay, okay, okay. Dann ganz kurz nur noch. Gibt es noch ein anderes Zusammentreffen mit den Zylonen und den Menschen, nämlich ein Squad der Galactica kommt auf Neukaprika an, um sich mit den Widerstandskämpfern zu treffen, um eben die Befreiung zu organisieren. Denn es gibt ja jetzt Kontakt. Auch die werden von Zylonen angegriffen und bei einem toten Mensch-Zylonen findet man die Karte, die Ellentai zuvor verbrannt haben wollte. Und damit stellt sich wohl raus, wer ein Maulwurf bei den Widerstandskämpfern ist. Boomer ist ja jetzt auch auf Neukaprika und soll die Startcodes für die Schiffe herausfinden und schleicht sich dafür in das Betonkonstrukt der Zylonen und trifft dort Diana Biers, die vorher von einem unter Drogen stehenden Orakel erfahren hat, dass Hera anscheinend noch am Leben ist. Das verrät sie Boomer und Boomer ist da ein bisschen verunsichert, schießt ihr aber trotzdem die Kniescheiben raus und verschwindet mit den Codes. Als sie dann die Information haben, dass die Codes erfolgreich ergattert wurden, bereitet Adama mit seinem Sohn Lee die Befreiung vor und sagt, Lee soll 18 Stunden warten mit der Pegasus und der Flotte. Und wenn sie dann nicht zurück sind mit Galaktika und dem Rest, dann soll er mit der verbleibenden Flotte zur Erde losspringen. Ja, ich glaube, das war es, oder? Ich glaube auch, da endet so ungefähr die Folge und wird dann... Also mit einem Cliffhanger zur Vorbereitung der Befreiung. Genau, also es endet dann da, dass sie quasi grünes Licht kriegen, dass es losgehen kann. Weil sie haben ja darauf gewartet, dass eben die Codes, also die Schlüssel für die Raumschiffe auf dem Planeten sozusagen von Boomer gefunden wurden, hast du ja eben schon gesagt, dass sie das gefunden hat. Genau, macht ja keinen Sinn, wenn sie alles befreien und eine Schlacht lostreten, ohne dass die Leute fliehen können. Ja, aber wir können am Anfang vielleicht mal kurz über den Anfang reden, weil da gibt es einiges aufzulösen, glaube ich. Weil du hast es eigentlich schon aufgelöst, aber lass uns nochmal ein bisschen erklären, was da eigentlich los ist. Weil beim letzten Mal, in der letzten Folge, hat man ja nur noch so weggeblendet am Ende und dann ging die Ballerei los. Und das sollte natürlich suggerieren, dass da jetzt die Gefangenen erschossen werden. Also genau so war das Ganze ja aufgebaut. Kelly kann fliehen, Präsidentin und Tom Sarek gucken groß, als die Zenturios aufmarschieren und dann geht's Bild weg und es wird geschossen. Und da hat ja schon der Phil gesagt, oh, zufälligerweise sind noch zwei andere Konfliktparteien in der Nähe, wer da wohl geschossen hat. Und es ist jetzt natürlich genauso rausgekommen, dass gar nicht die Zenturios auf die zu Erschießenden geschossen haben, sondern dass die Zenturios angegriffen wurden von der Truppe vom Chief, aber nicht von der Truppe von Boomer, gell? Die haben irgendwie dahinter noch gesessen. Genau. Die wurden ja selbst angegriffen. Genau. Wussten die eben voneinander überhaupt? Nee, die wussten, glaube ich, nicht voneinander. War alles... Nee, nee. Die waren zufällig nur. Da haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, zufällig landet Boomer genau neben. Der Planet ist halt sehr klein. Genau. Sonst ist halt alles Eis. Gibt nur diesen Steinbruch ohne Fleck. Diesen Steinbruch und... Also ich meine, es macht ja schon Sinn, ne? Es gibt ja sonst in Sci-Fi-Filmen auch immer diese Krux, dass es dann eine Stadt gibt, wo die Protagonisten sich auf einem Planeten treffen, obwohl es da wirklich bevölkerte Planeten sind. Aber hier ist es ja wirklich ein Planet mit einer Stadt. Und außenrum bewegen sich natürlich dann... Also die Leute können sich ja nicht über einen ganzen Planeten, über einen halben Planeten bewegen, um sich dann mit Boomer zu treffen. Das wird ja irgendwo in der Nähe der Stadt sein. Und eben so auch die Exekution der Gefangenen. Ja. Also macht schon Sinn. Ja. Aber eigentlich war das schon ein schöner Cliffhanger, der jetzt so aufgelöst wurde. Also das hätte man durchaus auch am Ende einer Staffel haben können. Und generell hätten die beiden Folgen jetzt auch ein Staffelbeginn sein können oder ein Staffelende. Ja. Ja. Das ist für mich auch so ein bisschen der wirkliche Beginn. Weil alles jetzt davor, das war halt mit dem Aufgreifen der Webisodes jetzt eben zur Stimmungsbildung. Also eigentlich so der... Um den Zuschauer da einzuführen, wie ist es auf Neukaprika? Ist es scheiße? Und was gibt es da für Parteien? Und jetzt ist es eben... Das war alles notwendig, um jetzt so einen fulminanten Startschuss zu geben in Form eben einer Befreiungsaktion. Ja. Ja. Ich glaube, es hat auch keiner von uns damit gerechnet, dass wir uns jetzt eine ganze Staffel auf diesem Planeten rumtreiben, oder? Nee, aber es ist nach wie vor, finde ich, eine super Abwechslung. Ja. Also mir hat auch immer die... Also die ganzen Szenen auf Neukaprika und wie es dann wieder von Neukaprika runtergeht, die sind mir nach all den Jahren immer noch am meisten im Kopf geblieben. Also mir ist tatsächlich im Kopf geblieben, beim ersten Mal schauen, oder vom ersten Mal schauen, dass ich so froh war, dass es endlich wieder von Neukaprika runterging. Ich fand das schon ein bisschen... ein bisschen lange auf... Aber es ist ja eigentlich gar nicht so lang. Es sind eigentlich nur zwei Folgen und die Web-Episodes. Aber irgendwie kam es mir sehr lange vor im Gedächtnis. Weil mich diese Szenen auch mit Starbuck immer genervt haben. Mhm. Das war jetzt wieder so. Aber diesmal nicht so lange wie in der letzten. Nee, zum Glück wurde sie relativ schnell ausgenockt. Ja, du hast schon gesagt, einer von Anders Leuten, der übrigens aussieht wie ein junger Viggo Mortensen, findet die Liste von Alan Tai oder die Alan verbrennen sollte. Ein junger Viggo Mortensen? Das war so ein bisschen so... Ja, tatsächlich. Schöner Vergleich. Also ich weiß sofort, wen du meinst. Ja, das ist übrigens auch wieder... Ich erzähle ja immer so gerne von diesem rothaarigen Schauspieler, der quasi in jedem Militärfilm mitspielt und dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann. Und der Typ hier ist tatsächlich genau das Gleiche, nur gilt das für Sci-Fi-Filme und Serien. Okay. Der hat quasi gefühlt jede Nebenrolle in jeder Serie und jedem Film und läuft immer irgendwo rum. Und ja. So auch in Battles of the Galactica. Ich gucke gerade, ob ich seinen Namen rausfinde, weil ich kann mir solche Namen sowieso nie merken. Ich muss kurz laut tippen. Redet weiter. Ich kann ja mal in meinen Unterlagen gucken. Einer tippt laut, der andere raschelt laut. Dieser Gag wird niemals sein. Ryan Robbins, genau, so heißt er. Den Namen sagt mir sogar irgendwas. Okay. Vielleicht verwechslte ich das auch mit Tim Robbins. Wahrscheinlich. Oder Ryan Gosling. Oder das. Ja, oder Tim Allen. Oder Robinson Crusoe. Oh ja, das könnte auch sein. Oder Batman und Robin. Jetzt wird es aber ein bisschen merkwürdig. Es wird albern. Ja, hören wir auf. Ja. Bis morgen. Der blickt natürlich sofort die Situation und beschuldigt auch, also was heißt er beschuldigt, er nimmt dann Ellen auch gleich mit von da, wo sie gerade ist und bringt sie zum Hauptquartier, zu Tai. Genau, in diesem Bunker da unten. Ja, das war sehr schön, wie sie so protestiert hat, protestiert hat, während sie dann den Teppich zur Seite legen und die Klappwolf machen runter da. Ja. Wo ich so dachte, wo kommt so ein Teppich her? Ich habe mir gedacht, wie kriegt man so ein Loch gebaut? Auch wahr. So ein Bunkerloch. Hast du mal ein Käfig voller Helden gesehen? Okay. Da muss man sich fragen, wie die das hingekriegt haben. Das war es schon. Ja, die haben ja wahrscheinlich sogar irgendwelche Sachen auf ihren Schiffen gehabt, die sie benutzen konnten, irgendwie so dafür. Mhm. Mhm. Ich habe gerade so ein Laserboarder gedacht, aber sie haben ja eher so keine Lasersachen, oder? Doch, klar. Laserschuss. Auf Schiffen haben sie schon. Alles bestimmt aufgesprengt. Bestimmt. Voll unauffällig. Nachts, wenn die Zylonen schlafen. Boom. Wenn die runterfahren. Genau. Die schalten dann ihre Mikrofone aus, damit die nicht mehr hören, dann könnt ihr bloß noch schlafen. Ja, sie bringen ja dann Ellen nach unten und Tai ist ja dann etwas verwirrt, weil man erwartet ja nicht, dass seine eigene Frau quasi gefühlt in Handschellen voreingestellt wird. Aber es wird ja relativ schnell klar, was sie gemacht hat und sie gibt es ihr auch zu, also es ist ja nicht so, dass sie es abstreitet. Sie sagt ja, ich habe das alles für dich getan und es tut mir leid, aber es war das Richtige und ich würde es immer wieder tun. Ein bisschen blöd fand ich, dass sie das vorher schon, das macht man ja oft gerne so und das haben sie ja auch so gemacht, bevor das überhaupt klar wurde mit der Karte. Ganz am Anfang haben sie das ja schon so angeteasert. Da hat man auch Ellen und Tai ganz kurz gesehen und sie sagte noch, ich würde alles für dich tun oder so. Ja, genau, das sagt sie auch. Das waren so genau die Worte, die sie besser hätte nicht sagen sollen. Ja, aber es war doch auch eh nur für den Zuschauer, oder? Wer es bis jetzt noch nicht wusste, dass... Nein, nein, ich meine die sind von, wenn sie sagt, sie würde alles für ihn tun und sie würde es immer wieder verraten und sie würde auch alle anderen verraten, um ihn zu retten. Das ist ja genau das, was er quasi nicht hören wollte. Ja, eben, weil das bezieht es gleich wieder auf ihn, wo jemand wie Tai sich selber die Schuld für gibt. Ja. Ich glaube, das hat ihn dann letztlich auch dazu gebracht, das zu tun, was er dann gemacht hat. Aber ich glaube, das sagt sie ihm erst in der nächsten Folge, das, was du gerade gesagt hast. Sicher? Kann sein. Ist ja ein Podcast über alle Folgen. Nein. Äh, was? Nein. Achso, was? Nur die dritte Staffel heute. Ihr wird streck getrennt, das wird alles rausgeschnitten. Tschüss. Oh, warum ist denn jetzt mein Monitor ausgegangen? Ah ja, da ist er wieder. Da musst du gegen ihn schlagen. Hab ich schon. Im Büro auch immer. Ja. Ein Touchscreen. Wie geht's denn dann weiter, nachdem Alan da festgesetzt wurde? Also unten in der Höhle? Nö, also das haben wir jetzt besprochen. Okay. Oder? Gibt's da noch was zu sagen? Mhm. Ja, in dem Canyon passiert halt viel an drei verschiedenen Stellen quasi. Wir haben ja einmal diesen Konvoi, dann haben wir das Team vom Chief. Genau. Und wir haben das Team von, äh, von Boomer, nee, nicht Boomer, doch, nein, nicht Boomer, doch Boomer. Von Samuel L. Jackson, Anders. Anders, dem beliebtesten Charakter der Serie. Dazu will ich gleich noch was sagen nach der Szene, aber, äh, lass uns erst mal die Szene besprechen. Welche jetzt? Welchen Treffpunkt? Das entscheidet Ben. Verdammt, dann nehmen wir, äh, Sharon und Anders. Das fand ich interessanter, weil die anderen haben sich ja quasi nur um den Boden gelegt. Ja, die auch. Was für, also ich meine, okay, die, die treffen sich ja, ne, mitten im Dschungel oder im Wald an, an so einem Flusslauf. Mhm. Und der Kontaktspruch sind irgendwelche, ähm, Grafball-Parolen, keine Ahnung, wie heißt noch in Pyramid, weiß das ja, was sie spielen. Genau. Und, ähm, schmeißen sich so bla 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 Rules, bla 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 Sucks oder irgendwie sowas an den Kopf. Und dann wissen sie natürlich, ah, okay, das sind, äh, das sind unsere Kontaktpersonen und dann treten ja Boomer und Sanders raus und umarmen sich und dann geht's da zur Besprechung, die auf offenem Feld im Bach ausgeführt wird. Wo ich so sage, ihr Bumsfritten, ey. Aber schön fand ich auch, die Szene, wo sie sich umarmt haben und Anders dann erst in ihr Gesicht guckt und dann guckt er so an ihr runter, guckt so auf ihre Uniform und stockt dann erstmal so kurz so, äh, Moment, Lieutenant? Er hat so richtig in seinen Augen gesehen, dass er gerade nicht verstanden hat, was da abgeht. Das hab ich jetzt aber auch nicht kapiert. Oder dann hab ich es auch nicht kapiert. Achso, musst du nochmal gucken, die sind jetzt echt lustig, die nehmen sich in den Arm und guckt sie an und dann sieht er erst diese Schulterklappen von ihr, dass sie Lieutenant ist und dann stockt er kurz, äh, okay. Achso, das, äh, ja, ich kenn mich da gar nicht aus, also sie wurde befördert oder was? Nein, sie wurde ja überhaupt erst in die koloniale Flotte aufgenommen. Sie saß bisher im Knast. Ach ja, klar, sie saß ja die ganze Zeit in der Zelle. Alter, ich denk, wieso, die war doch immer schon Raptor-Pilot und blablabla. Nee, oder ich denk mal, dann denkt er sich so, hä, what the fuck, Zylon-Uniform, aha. Oh Gott, ey, das hat bei mir jetzt aber auch bis jetzt gerade du es gesagt hast gedauert. Heißt ja auch Wochenende, ganz ruhig. Was ich aber viel schwieriger finde, ist in diesem Zusammenhang nochmal, ähm, wir hatten ja letzte Folge über Vertrauen gesprochen und darum, dass dieser Spruch so gut war von Adama, der gesagt hatte, ähm, oder nachdem Boomer gesagt hatte, woher weißt du, dass, ähm, du mir vertrauen kannst? Dann sagt er, das weiß ich nicht, deswegen heißt es ja Vertrauen. Ich hatte ganz vergessen, dass es da ja noch so ein, so ein kleines Detail gibt, ähm, ähm, weswegen, wenn sie das wüsste, ihm Adama natürlich überhaupt nicht vertrauen würde, nämlich dass er ja ihr Kind vorgetäuscht hat, dass es gestorben ist und weggegeben hat. Das wird ja in der Folge hier wieder aufgegriffen. Nun, der Zweiten wird's ja dann nochmal schlimmer, oder? Genau, aber jetzt, also hier ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass, ähm, Adama da in der Hinsicht, äh, schon irgendwie so ein linkes Schwein ist, wenn er da zum einen, ähm, auch Vertrauen baut und macht und, äh, zum anderen da diese, ähm, sagen wir mal, Alt-Altlast mit sich trägt. Ja, ich finde, er, Adama ist ein sehr guter Charakter, der das so ein bisschen, ja, zweispaltig ausleben kann, weil man, ich, ich denke da so selten dran bei ihm, ich sehe meistens immer nur seine Stärken. Ich hatte das ja auch vergessen, deswegen sag ich's gerade. Ja, aber was total bescheuert ist, weil vielleicht ist der Charakter auch so geschrieben oder er spielt ihn so gut, aber ich bin immer bereit, Adama so ziemlich alles zu verzeihen. Na, auf jeden Fall wird das vermutlich nochmal zu Konflikten führen. Glaubst du ja? Ja. Okay. Versuch mich, uns daran zu erinnern, wenn wir weitergucken. Naja, in der nächsten Folge können wir dann erstmal, ähm, aufatmen und dann feststellen, dass es erstmal, warum das erstmal nicht zu Konflikten führt. Aber potenziell könnte das noch zu Konflikten führen. Stoiler. Und es passiert natürlich das, was, ähm. Aber. Was Jan erwartet hat. Apropos Vertrauen. Ja, aber. Ja, du, du sagst es ja, dann sag es, weil das Vertrauen wird da ja auch nochmal kenntlich, weil die zieht ja mit Marines aus und die Marines bleiben ja im Hintergrund. Ja, und der Sergeant, also der weibliche Sergeant, der die Marines anführt, ist ja auch, also er hört ja auch total auf sie. Ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt jemand ist, der sich so denkt, boah, kein Bock mit einem Zylonen unterwegs zu sein, sondern sie ist ja wirklich, äh, ja, so wie es sein sollte, wenn man mit seinem Vorgesetzten unterwegs ist. Man hätte ja irgendwie denken können, dass, äh, sie abwartet, der Zylonen dann in den Rücken schießt und sagt, ja, jetzt können wir die Verhandlungen oder den Plan auch nur unter Menschen ausführen. Ja. Weil gerade nach dem, nach dieser Aktion der Zylonen ist der Hass ja nochmal stärker. Genau. Aber, sag, was passiert? Man hört ein Geräusch, sieht ein Händchen am Bildschirmrand. Ja, so eine Hand, die sich in eine Knarre verwandelt. Ja, ist ja ein amerikanischer Traum. Ähm, ja, und, zack. Die Zylone öffnen das Feuer, mähen ein paar von den, äh, nicht näher benannten, äh, Resistence-Mitgliedern nieder und, ähm, die anderen gehen eben in Deckung, aber haben erstmal keine Möglichkeit, sich effektiv gegen die Zylonen zu wehren. Erstmal haben sie sowieso nur so Popelwaffen dabei, die ja zumindest laut den Folgen davor nicht wirklich was ausrichten können an den Zenturios und, äh, sie sind halt auch in der beschissenen Position, dass sie sich eine offene Fläche als Lager ausgesucht haben. Und das ist doch dieser Angriff, den man in der letzten Folge schon gesehen hat, oder? An dem Fluss. Genau. Weil bis jetzt war ja eine Stunde vorher und jetzt sind wir quasi da, an der Stelle auch wieder da. Genau, und das Feuer, das man quasi hört, äh, also was man unter anderem hört, sind eben diese Schüsse, die abgegeben werden. Ja. Von denen man ja gedacht hat, dass damit die Gefangenen erschossen wurden, aber so war es ja nicht. Ja, aber die Schüsse, von denen man dachte, dass die Gefangenen erschossen wurden, wurden, waren ja die Schüsse, die der Chief und seine Leute auf die Zulonen abgegeben hat, dachte ich. Mhm. Aber das ist doch jetzt genau an der Stelle reingeschossen. Man hat ja Kelly noch laufen sehen und dann hat sie die Schüsse gehört, aber das Team hat ja erst geschossen, nachdem sie auf den Boden gerissen wurde. Das stimmt, weil sie läuft ja ja auch durch den Wald am Anfang und nachher ist da überhaupt kein Wald. Ja, die können ja auch erst schießen, wenn sie nicht mehr läuft, das war ja das Ding, genau. Genau, weil sie ja mitten im Weg stand. Typisch Kelly. Ach Kelly. Mann, Mann, Mann. Hättest du doch sehen können, dass er einfach mal zur Seite wegläuft. Hätten die gewunken, hätte die das gesehen. Runter, runter. Und die anderen Widerständler wollen sich ja dann wehren wollen, keine Ahnung, ob sie jetzt angreifen wollen, aber auf jeden Fall hält sie ja Sharon zurück und sagt, sie sollen kurz abwarten, weil anscheinend hat sie einen Plan, das vorausgesehen, was auch ist, ja, die Marines lassen sich nicht lumpen, ziehen einen Raketenwerfer und putzen die Zylonen weg. Inklusive der Skinjobs. Ja, richtig. Ah, Funfact. Ein paar komische, da waren glaube ich auch so ein paar Polizisten dabei, ne? Also diese Menschenpolizisten. Weil der, hier Connor, der Typ, der die Karte findet, meint ja, er hat die Karte einem der Kollaborateure abgenommen. Achso, ich dachte, einem der Skinjobs hätte er sie abgenommen. Das weiß ich jetzt nicht. Was, was, mit Skinjobs? Das ist doch ein despektierlicher Begriff für Toaster, oder? Also für die Menschen war ich nicht. Ja, für die, die aussehen wie Menschen. Toaster, achso, Toaster ist ja selber schon despektierlicher Begriff. Ja, das sollte ein Witz sein. Achso, aha. So wie das Papier? Ja. Ah. Gott. Wieder zwei Zuhörer verloren. Und der Begriff stammt eigentlich, deswegen Funfact, der Begriff stammt eigentlich aus Blade Runner. Mhm. Womit die Androiden gemeint sind. Nie gesehen, keine Ahnung. Bitte was? Oh Mann, wie kann man den ja nicht gesehen haben. Das Schwarzenegger war super. To the Chopper. Get to the Chopper. Beste Szene im Blade Runner. Und der einzige, der irgendwie von dieser ganzen Schießerei sichtbar getroffen wird, ist ein Zylone, nämlich einer von den Pater Kevels, Bruder Kevels. Ja, Gott sei Dank. Das ist echt so für mich der unsympathischste aller Zylonen. Das ist für mich echt der coolste, der coolste. Ja, sympathisch und cool sind zwei verschiedene Sachen. Eben, eben. Der ist ja schon cool, aber ich finde ihn einfach ultra unsympathisch. Ich finde die, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde das sind alles voll die Psychopathen, diese Zylonen-Bruder, die in diesem Raum sitzt. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was die wollen, was die erreichen wollen. Das sind einfach voll Psychopathen, meiner Meinung nach. Und Bruder Kevel ist wenigstens noch sympathisch, weil er wenigstens offensichtlich böse ist. Er versucht das nicht so zu verstecken mit Gott und blablabla. Genau. Stimmt eigentlich. Gerade der Pater versteckt es nicht hinter Gott. Der ist halt total sarkastisch und menschenverachtend. Und deswegen finde ich den so sympathisch. Wir nehmen einfach 100 Widerstandskämpfer vermutlich, wir nehmen 100 Zivilisten, wir nehmen diese 200 Leute und erschießen sie einfach von versammelter Mannschaft. Ja genau und jetzt kommt doch gleich noch diese Besprechung, nachdem er erzählt doch dann, wie sie ihn haben leiden lassen. Ja, aber da ist ja der andere, der ist ja der Bruder bei dem Zusammentreffen mit dem Chief. Einer erzählt doch später, dass er, sie haben, also hier Dingens, die eine, ist Helix heißt sie, glaube ich, die mit den kurzen Haaren, die hat die Waffe weggetreten, damit er sich entweder nicht wehren kann oder nicht selbst umbringen kann, ist ja auch egal. Er sollte da ja schön langsam in der Sonne ausbluten, weil es ja so weh tut. Und später erzählt er doch dann, dass er es geschafft hat, sich selbst umzubringen, indem er sich die Halsschlagader mit einer Patronenhülse aufgeschnitten hat. Und das ist gar nicht so einfach wäre, durch die Haut durchzukommen. Genau. Aber das ist doch nicht der andere, das ist doch genau der, von dem wir gerade gesprochen haben. Nein, ich meine, das ist der andere Überfall, das ist nicht der im Flussbett. Achso. Nee, das ist der mit dem Chief. Das ist der, genau, mit dem Chief. Ja. Weil er ist einmal, ich glaube, er ist auch beim Flussbett mit dabei, auf jeden Fall ist er eben bei der Exekution mit dabei. Genau. Und stiehlt sich noch so hinter einem der Laster. Hilft ihm aber nicht, weil er genau in die Richtung flüchtet, wo ja das Team hockt vom Chief und dann auf die Leute hinter dem Laster feuert und eben nicht auf die Zivilisten, die ja vor dem Laster stehen. Genau nachher. Und es ist auch sehr interessant, dass er eben erzählt, beim ersten Mal, als er gestorben ist, da war es halt ein leichter Kopfschmerz, den er gehabt hat. Aber jetzt wäre es wohl, als würde einem eine heißglühende Nadel mitten ins Hirn gestoßen. Dass es wohl immer schlimmer wird, je öfter sie heruntergeladen werden. Und das ist immer interessant zu wissen. Und während sie dann diskutieren, stellt er einfach seinen Drink hin und sagt, ich muss mir das nicht anhören und geht raus. Und für ihn ist das alles klar. Ja, Atombombe drauf und gut ist. Ja, damit haben wir eigentlich das eigene Team. Sie finden ja dann, wie Jan schon gesagt hat, bei der Leiche die Karte, die ja Anders gezeichnet hatte und die ja eigentlich Ellen verbrennen wollte. Damit sind sie zumindest auf ihre Spur gekommen und eigentlich war sofort klar, wer schuld ist. Und bei dem anderen Team, ja, die haben halt, wollten das Feuer auf die Zulone eröffnen, aber Kelly hatte ja das Bedürfnis, mitten ins Feuer zu laufen und deswegen ist der Chief losgelaufen, um sie quasi in Deckung zu bringen. Ja, es war jetzt wirklich so, dass sie einfach nicht gesehen hat, was... Ja, sie ist ja auch in der Gradenliebe weggelaufen. Das hätte ich auch gemacht in dem Moment. Den kürzesten Weg halt. Hat ja nichts mit Bedürfnis zu tun. Ja, es passte nur halt von der Gegebenheit der Lage nicht, weil sie ist ja erst noch diesen Hügel runtergefallen. Also eigentlich hätte sie da niemandem im Weg stehen dürfen. Ja, danach ging der Hügel sofort wieder hoch. Genau, ja, das ist sicher. Ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass, als das am Anfang gezeigt wurde, sie durch einen Wald rennt oder zwischen Bäumen hindurch. Das hat auch nie stattgefunden dann später. Und da gab es ja auch keine Bäume. Ja, habe ich auch gesehen. Apropos Bäume, der Schauspieler von Chief Tyrrell, ich glaube, das hattest du verlinkt, Ben. Der Schauspieler von Chief Tyrrell fährt gerade irgendwo alle möglichen Orte ab und erinnert sich, wie damals da die Dreharbeiten waren. Das sieht man auf Twitter ab und zu. Ja, Midlife-Crisis. Auf jeden Fall hat er doch da irgendwie so getwittert von diesem Ort, wo sie diese Satellitenanlage da angegriffen hatten, bei der Crashdown erschossen wurde. Und da hat er doch dann, wie heißt der Schauspieler von Crashdown? Sam Witwer. Sam Witwer noch getwittert. Ich komme da nicht hin. Genau, der hat dann den Tweet von dem Chief eben geteilt mit irgendeinem lustigen Kommentar. Das fand ich, war echt gut. Ja, und dann sind wir eigentlich mit der Exekution fertig. Die Präsidentin. Ich muss doch sagen, sie haben sich jetzt auch nicht davon abhalten lassen, dass da diese Polizisten dabei waren. Sie haben auch die Polizisten teilweise erschossen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon ein bisschen Genugtuung dabei, das zu sehen. Ja, warum sollen sie sich auch von denen abhalten lassen? Die stehen ja auf der anderen Seite. Ja, ich meine nur, es war schon nett, anzugucken. Ich weiß gar nicht, ob der erschossen wurde, der Kelly befreit hat. Das war doch der, den wir kannten, oder? Der wurde nicht erschossen. Der wurde nicht erschossen. Der hat, glaube ich, gesehen, wie er sich später, oder als es quasi vorbei war, hat er sich die Maske vom Kopf gerissen und ist weggelaufen. Ach so. Uniform hat er aber angelassen. War auch sehr schlau. Ja, und dann war die Exekution beendet. Ich finde das halt ganz interessant, weil hier sind die Police Force, ich meine vorher auch schon, aber halt als die richtigen, also nicht die richtigen Kollaborateure, eben sind Kollaborateure, aber als halt auch Feinde angesehen, wo die ja vorher sich eingeredet haben, ah, wir haben doch ganz eher eine Ziele, wenn wir die Leute unter Kontrolle halten, dann ist das viel besser, dann sterben auch nicht viele Leute, die werden nicht so interniert. Haben die sich eingeredet, die da mitmachen? Aber das hat der Widerstand nicht eingeredet. Nein, nein, haben sie natürlich nicht, aber ich meine, wenn du dir sowas einredest, dann ist für dich eigentlich auch bei einer Exekution Schluss, spätestens. Ach so, du meinst, dass sie dann da noch mitmachen, dass sie hier hätten neugeln müssen. Genau, genau, dass sie sich das überhaupt nicht mehr einreden können, dass es jetzt eigentlich wirklich so ist, die sind die, ja, die Drecksarbeit machenden Handlanger der Zylonen. Wo sind denn die Saftfabriken, von denen ihr immer redet? Das sind die Saftfabriken. Ja, ihr habt die Saftfabriken versprochen. Da unten stehen nämlich ganz große Trichter. Ach, das war gar kein Canyon, das war ein großer Trichter. Ja, für den guten Cranberry-Saft. Mit Frucht. Cranberry-Saft, hast du deine Periode? Silent Red. Silent Red, ja, genau. Okay, Folge zu Ende. Es gab hier noch diese ganz schöne Szene, in der wir endlich mal wieder Dr. Cottle gesehen haben. Oh ja, wir wussten ja noch gar nicht, ob der auf dem Planeten... Wenn wir noch bei der Exekution sind, der Tom Sarek hat ja die Präsidentin in, beziehungsweise die Präsidentin hat Tom Sarek den Abgrund runtergeschubst, die sind also die Grube runtergekullert, um eben aus der Schusslinie zu kommen, richten sich dann nachher so auf, also das war das erste Mal, dass eine Frau seit langem mich so fest umarmt hat, meinte er dann. Nee, er meinte mich flachgelegt hat. Okay, ich hab's auf Englisch gesehen. Echt? Hat er was anderes gesagt? Sagt er es auf Englisch auch? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so. Aber finde ich halt sehr cool, wie man jetzt sieht, dass sie, also hat man ja vorher auch schon, aber wie sie zusammenarbeiten. Ja. Wobei man bei Sarek auch nie weiß, ob er jetzt eingesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat oder dass er jetzt einfach wieder nur das Beste aus der aktuellen Situation machen möchte. Hm. Ich hab eben kurz eingeworfen, dass man zum ersten Mal sieht, dass Dr. Kotler auf dem Planeten ist. Das stimmt aber gar nicht. In der letzten Staffel, in der letzten Folge, als sie den Planeten besiedelt hatten, meine ich, hätte man ja gesehen, wie Starbuck bei ihm Medikamente holen will für Sam. Stimmt. Stimmt, ja. Und da kann er ja nichts geben, weil er nichts mehr hat. Genau. Gott, das hab ich schon wieder ganz vergessen. Also gut, Sam hat sich erholt. Wollte noch was zu Sam sagen, hab ich ja eben gesagt. Und zwar. Sam, Sam. Ja. Ich hab mir hier in dieser Folge wieder so gedacht, das ist ja wieder so hier für die Action-Einlagen zuständig. Weil du eben nochmal gesagt hast, das ist der beliebteste Charakter. Das hatte er ja, glaube ich, in dieser Session gesagt. Ja. Und meinte das, glaube ich, ironisch, oder? Natürlich. Ja. Klar. Ich finde inzwischen, jetzt hab ich auch wieder in dieser Folge ziemlich gedacht, dass dieser Sam-Charakter völlig unnötig ist. Weil der ist doch eins zu eins die gleiche Figur wie Apollo, oder? Außer, dass man jetzt Apollo sich davon hat entfernen lassen. Aber das hätte man genauso gut Apollo hätte machen lassen. Dann hätte der vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Screentime gehabt, als nur eine Minute pro Folge oder so. Ja, aber er soll ja auch ein Apollo-Light sein. Deswegen ist er doch auch Starbucks' Love-Interest. Ja, aber finde ich nicht gut. Hätte mal alles Apollo machen lassen können. Ja, dann hätte er jetzt nicht auf der Pegasus sein können, um fett zu werden. Stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hätte man ja Colonel Fisk auf der Pegasus lassen können. Der war schon fett. Der dann, ja, der dann drauf, der dann drauf geht. Nein, sowas würde der nie machen. Ja, der wenigstens wie ein Armee, das kommt. Ja, aber findet ihr den, findet ihr den nicht irgendwie sinnlos? Schon seit jeher. Also ich finde den jetzt nicht schlimm. Aber mir ist nur wieder aufgefallen, der sieht dem ja auch extrem ähnlich. Also wenn da ein Zuschauer irgendwie mal zwischendurch reinguckt und verfolgt das nicht alles, könnte man die auch verwechseln. Ich glaube, da gibt es genauso Probleme wie, hä, die sind gerade auf dem Planeten? Ist das schockig, diese Serie? Ah ja, da ist dieser Apollo. Genau. Wieso ist der? Oh, der ist aber alt geworden, dieser Apollo daneben, der Präsidentin. Drei Apollos in einer Serie. Geil. Okay, das heißt, ihr findet den auch sinnlos, aber es ist euch egal. So schaut es aus. Ja, er stört mich. Also ich habe mich mit ihm arrangiert, er ist halt außerhalb des Militärs der Apollo so ein bisschen. Wir kommen vielleicht irgendwann nochmal darauf zurück, sollte sich der echte Apollo in irgendwelche seltsamen Szenen seltsam weiterentwickeln. Dann werde ich bestimmt nochmal darauf zurückkommen. Warum hätte das nicht Sanders sein können? Genau. Das hätte auch gut zu ihm gepasst. Vielleicht würde sich auch Anders komisch weiterentwickeln. Ach ja, Anders, nicht Sanders. Colonel Sanders war der von Kentucky Fried Chicken, oder? Ja, oder Bernie Sanders. Du wolltest was zu Dr. Kottel sagen. Ich? Ja. Habe ich schon. Ja, nochmal. Okay, also ich dachte ja, Dr. Kottel würde das erste Mal überhaupt auf eine Kaprika auftauchen. Aber Dr. Kottel ist mir eben eingefallen, ist ja schon in der letzten Episode der zweiten Staffel auf eine Kaprika aufgetaucht, weil da ist ja Starbuck zu ihm gegangen, weil sie Medizin für Anders haben wollte. Ich wollte doch noch irgendwas über Anders sagen. Ob wir das nochmal machen können? Guck mal in deine Notizen. Moment. Steht da was zu Dr. Kottel? Mach doch mal weiter. Also du hast eben schön übergeleitet, als Starbuck zu Dr. Kottel ging, beziehungsweise schön gesagt. Jetzt kann man nämlich schön überleiten, wer geht denn jetzt zu Dr. Kottel, um was zu erfahren, Ben? Ich dachte, wer geht jetzt zu Starbuck? Xena fliegt zu Dr. Kottel. Also die Nummer drei, eine Nummer drei, unsere Nummer drei, trifft zufällig auf Dr. Kottel, weil sie an seinem Medizelt vorbeiläuft, wo er gerade jemanden operiert. Und wie sich herausstellt, ist es ein anderer Zylon, der bei irgendeinem Anschlag verletzt wurde. Und Dr. Kottel hat es gerade so geschafft, sein Leben zu retten. Ich dachte ja erst, das ist der Bruder Cavill. Aber stellt sich denn in der nächsten Szene ja dann eben raus, dass es nicht ist. Nee, der war es wohl nicht. Und ja, sie versteht das natürlich erstmal nicht, warum er denn so viel Zeit und Mühe investiert, jemanden zu retten, der ohnehin sofort wiedergeboren wird, wenn er stirbt. Aber er meinte dann nur ganz trocken, er macht sowas nicht. Er lässt Personen nicht sterben. Ja, eben, dass er ihn auch nicht quält. Ja. Und Dr. Kottel ist ja ohnehin jemand, den interessiert es einfach nicht, ob jemand Zylon ist, ob jemand Mensch ist oder sonst irgendwas. Für ihn sind das alles Patienten und die werden alle gleich behandelt. Alle mit Rauch eingetüft, geträufelt. Ja, ganz wichtig, er kommt aus dem Zelt und muss sich erstmal die Fluppe anzünden. Ganz wichtig. Immerhin geht er raus. Ja, das stimmt. Aber war sie nicht auch da, um abzuklären, wie es damals mit dem Baby war? Ich glaube, sie war nur deswegen da. Ja, ja, klar, weil Ben gerade meinte, so ganz zufällig geht sie vorbei. Ja, aber sie hat überhaupt gar nicht in Richtung Zelt geguckt oder so. Sie ist direkt, also mir kam es so vor, als wäre sie vorbeigelaufen, hätte den Hund gesehen, hat dann mit dem Hund ein bisschen rumgespielt und dann kam halt der Doktor aus dem Zelt und dann hat sie. Ja, aber es war schon ja sehr, also es war glaube ich schon zielstrebig dahingesteuert, weil sie wollte ihn ja fragen. Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja sehr komisch, aber sie hat ja vorher diesen Traum und geht dann zu der Deuterin und die Deuterin sagt dann, dass Hera noch am Leben ist, beziehungsweise die Schwester von Zeus, oder das Kind mit dem Namen der Schwester von Zeus, bla bla bla, ist noch am Leben. Und dann geht sie jetzt zu Dr. Kottel und fragt, dieses Kind, das habt ihr damals verbrannt, warum? Das ist doch der erste Mensch-Zylon-Hybrid und das muss doch super interessant für die Forschung sein. Und sagt er, ja, wurde mir halt gesagt, ne? War halt so. Ach, das hat sie gefragt. Ich dachte, ah, interessant, ich dachte nämlich, sie hätte irgendwie einen Trick angewendet und hätte so getan, als wüsste sie, dass das Kind noch lebt und hätte ihn das gefragt. Ah, das habe ich nicht richtig verstanden. Ich dachte, er hätte dann sozusagen zugegeben, dass das Kind noch lebt, aber das hat er gar nicht. Er hat nur gesagt, das war quasi die Entscheidung der Präsidentin. Ja, ja, ich dachte, das Kind ihr wegzunehmen, aber das Kind leben zu lassen und dieser Frau zu geben. Hoppla, Entschuldigung. Das haben sie aber nicht von mir. Nein, ich dachte nämlich, sie hätte gesagt, ich habe rausgefunden, dass das Kind noch lebt, aber okay, sie hat gesagt, das Kind wurde verbrannt, okay. Ja, die Asche und so, weil nachher sagt ja Boomer, glaube ich, auch nochmal, ob er die Asche gesehen hat, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. Ja, nachdem, nachdem Biers Boomer in diesem Schließfachraum trifft und ihr erzählt, dass das Kind noch lebt, dann wird halt Boomer auch verunsichert und fragt dann später nochmal den Chief oder so. Ja, und dann gibt es ja noch, bevor sie rausgeht, sagt sie ja nochmal ganz überzeugt, Adama würde mich nie anlügen, da hat schon auch schon ein bisschen so im Bauch was zusammengekniffen, weil wenn, da denkt man sich auch, wenn das hinterher rauskommt, dann ist die wahrscheinlich nicht mehr so glücklich. Dann gibt es hier eine Zeitschleife und sie schießt Adama in die Brust. Dann spielen sie einfach die Szene nochmal. All das ist schon einmal passiert, genau. Und alles wird wieder passieren. Ja. Das ist ja übrigens tatsächlich das Zelt direkt neben dem Hund. Endlich hatte der Hund mal, ist sein Napf mal nicht umgedreht worden, aber der Napf war trotzdem leer. Ja. Und kaum kommt jemand, um mit dem Hund zu spielen, wird derjenige sofort wieder von Dr. Kottel weggepfiffen. Ja, armer Hund. Ja. Diese Szenen bei dieser Wahrsagerin, war das ihr Traum oder war das real auf dem Planeten? Das war real. Ah. Das war also so ein Priesterin-Type oder sowas. Orakel. Oder Orakel-Dings, okay. Ich dachte nämlich erst, das wäre ihr Traum gewesen. Aber vom Traum erfährt man sonst gar nichts dann. Außer den Inhalt. Man sieht ihn nicht. Ja, diesmal nicht. Okay. Das fand ich auch wieder ein bisschen komisch. Warum war das jetzt Beers? Das hätte auch gut Six sein können. Warum? Also ich finde, das zerfleddert gerade so ein bisschen, dass man das so auf viele Charaktere was aufteilt. Das war glaube ich nicht nötig, dass man die Beers nochmal, also ich finde die ja sehr sehr gut, also die zeigt auch sehr dezent und gut Emotionen und so finde ich mit ihrem Gesicht. Also die finde ich schon gut. Die ist wahrscheinlich eine bessere Schauspieler als Six, aber warum hat das nicht Six gemacht? Das hätte doch irgendwie viel eher gepasst, weil sie doch da viel mehr daran interessiert ist an dieser Geschichte. Die Hannah oder so, ich finde die hat irgendwie einen sehr komischen, reingepflügten Charakter. Die kam als erste Journalistin recht spät rein. Ist, wie du ja sagst, eine Six sehr ähnlich. Das ist wie das Anders-Apollo-Ding. Nur eben für die Zilonin, weil sie ist ja auch genauso ein Love-Interest für Balta wie Six. Und irgendwie, was sie, ihre Motive sind und inwiefern die anders sind als die von der Caprica Six, erschließt sich mir auch nicht. Ich finde sie ziemlich redundant auch. Also ist jetzt nicht schlimm, aber wirkt so ein bisschen aufgesetzt und man fragt sich halt, warum macht das nicht Six? Bis jetzt war doch Six immer irgendwie groß dabei und von der sieht man ganz wenig in letzter Zeit. Höchstens im Bett. Aber da ist ja auch nichts passiert, weil Balta keinen hochbekommen hat. Und dann sind wir nur noch auf der Galaktika unterwegs, oder? Nö, Boomer geht ja noch in den Komplex rein und öffnet das Schließfach. Also sie wird draußen noch ein bisschen böse angeguckt und mit Flaschen beworfen, dann geht sie in den Komplex rein. Da stehen auch wie diese beiden Polizisten wachen mit ihren Sturmhauben. Lassen sie ja einfach passieren und geht rein, legt ihre Hand auf diesen unnötig futuristisch leuchtenden Handabdruckleser und öffnet dann dieses spezielle Schließfach, wo ich mich gar nicht mehr erinnere, woher wissen die die Nummer des Schließfachs? Sie hat vorher den Computer angezapft. Das hatte sie auch gesagt. Sie will sich in den Mainframe einloggen, um dann zu gucken, wo sie genau diese Schlüssel quasi abgelegt haben. Ja, und die holt sie dann raus, trifft ja Diana und Diana sagt ihr ja, dass Hera noch am Leben sei. Sie hat es gesehen. Und dann werden ihre Kniescheiben rausgeschossen, also Diana und dann von Boomer und Boomer haut ab. Thank God for guns, left knee, right knee. Kennt ihr das? Nein. Ah, das ist Boston Legal. Aber gar nicht. Da wird Danny Crane in der Tiefgarage überfallen und zieht dann seine Waffe und zielt dann halt auch auf die Knie und sagt, left knee, right knee, thank God for guns. Unbedingt Boston Legal gucken. Immer wieder. Immer wieder. Aber nur wenn es das auf 200, 3 Mal geguckt. Ich kenne die super, großartig. Phil hat ja jetzt gesagt, das gibt es zur Zeit auf, ich glaube Amazon Prime, aber nur in Deutsch. Uh, auf Deutsch habe ich es noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe es tatsächlich beim ersten Mal auf Deutsch gesehen und dann irgendwann umgeschaltet. Ist das nicht mit William Shatner? Ja, das ist Danny Crane. Danny Crane. Okay. Also musst du unbedingt gucken, das ist eine der besten Satiren, die es gibt. Okay, ich habe es noch nie gesehen. Und beschreibt das amerikanische Rechtssystem einfach perfekt. Ja, und nicht nur das Rechtssystem, sondern das nimmt ja fast in jeder Folge irgendeinen Missstand in Amerika auf die Schippe. Und das ist halt so aufgebaut für den Jan, dass William Shatner ist so eher der Konservative, der das immer alles so super findet. Und dann gibt es seinen Partner Alan Shore, das ist ja James Spader, der ist der Liberale und hat eben ganz andere Ansichten. Aber am Ende, am Ende jeder Folge treffen sie sich immer auf eine Zigarre am Balkon. Okay. Und besprechen dann nochmal selbst die Folge sozusagen, was sie gemacht haben und warum sie was gemacht haben. Und die durchbricht halt auch immer schön die vierte Wand an allen möglichen Stellen. Ja. Echt gut. Und es spielen viele aus Star Trek mit. Es spielen unglaublich viele Gaststars mit. Auch Magnum spielt mit. Hier von Zurück in die Zukunft, wie heißt er? Michael J. Fox. Michael J. Fox spielt mit, genau. Betty White spielt mit. Oh. Das ist auch so eine Frau, ne? Du denkst immer, bei all diesen Todesmeldungen, wer ist eigentlich mit Betty White? Ich habe ein Foto mit ihr zusammen. Wow. Hat sie da noch gelebt? Ja, sie lebt immer noch, oder? Ja. Tut sie. Zurück zu Clone Wars. Achso. Tut sie war mit Dustin Hoffman. Achso. Ja, stimmt. Gut, dass wir da wieder zurück sind. Dustin Hoffman hat auch in Hook mitgespielt. Und Hook ist ein Vierat im Weltraum und deswegen sind wir jetzt wieder bei Battlestar Galactica. Willkommen bei Firefly. Genau. Und ja, haben wir kurz auf, wir haben ja schon drüber geredet, dann sind wir noch mal kurz auf der Galactica, bevor es zu Ende geht. Und Adama hält eine schöne Rede auf der Brücke der Galactica, um seine Crew noch mal auf die kommende, nicht ganz so einfache Mission vorzubereiten. Das war auch schon in der nächsten Folge, oder? Mhm. Nicht? Ich dachte, hier kommt nur die Szene, in der noch ein Ding ins Reihen kommt und sagt, dass die Codes da sind und dann haut er so auf den Tisch und dann ist fertig. Kann auch sein. Er hält noch seine Rede. Ich weiß es gerade nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall haben wir vergessen, dass er Lee verabschiedet. Im Hangar. Das kommt auf jeden Fall noch. Mit dem schönsten Lied der Serie. Während sie um einen Raptor rumlaufen. Komm her, ich will dich umarmen. Nein. Nein, nein, nein. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist es genau so passiert. Genau. Auf jeden Fall stellt er noch mal das gesamte Hangardeck ins Achtung und dann zack. Kommande der Pegasus, verlässt die Galactica. Fand ich eine schöne Szene tatsächlich. Weil Lee ja auch kurz davor stand, in Tränen auszubrechen und dann sein Vater dann auch noch meinte, als er das gesehen hat, bring mich nicht auf meinem eigenen Hangardeck zum Weinen. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß nicht, ob es beiden bewusst war, aber ich glaube, Lee war in dem Fall schon überzeugt davon, dass sie sich jetzt zum letzten Mal sehen. Da kommen wir auch in der nächsten Folge sicher noch mal zu. Ja. Okay. Nachdem alle tot sind. Ich kann dem kaum entgegenfiebern. Also. Das war's dann, ne? Ich würde sagen, wir haben alles besprochen. Moment. Ich finde es beachtlich, dass wir tatsächlich kein einziges Wort über die Starbucks-Szene verloren haben und ich will es auch dabei belassen. Sag doch mal was über die Starbucks-Szene, Ben. Ich wollte ja eben, aber dann hast du einen anderen Weg eingeschlagen. Hör auf. Hat nicht stattgefunden. Die Szene wird nie wieder gezeigt. Ist jetzt halt noch mal weiter in diesem Haus mit dem Kind und dem Typ. Punkt. Und so geht es jetzt immer weiter. Punkt. Ja, das war's. Alles klar. Morgen Bingo. Morgen Bingo, genau. Dann kommen wir zur Bewertung. Tunk. Tunk. Tunk? Tunk. Oder Twang. Ben hat das erste Wort. Ben hat das erste Wort. Ich habe mich tatsächlich darauf vorbereitet, den beiden Folgen eine Gesamtwertung zu geben. Deswegen muss ich jetzt kurz dumm reden, damit ich mir was ausdenken kann. Und gleichzeitig noch an die letzten Worte. Ja, und währenddessen spiele ich gerade auf meinem Handy noch. Moment. Ähm, also. Für sich alleine gesehen war es ja eigentlich mehr so eine Vorbereitungsfolge für den großen Knall, den wir jetzt natürlich alle erwarten werden. Ähm, aber ich fand die Folge gut. Mir, ich sehe das immer als eine Folge. Für mich sind das keine zwei getrennten Folgen. Deswegen tue ich mich schwer jetzt mit der Bewertung. Aber da ich der Folge nicht Unrecht tun, geben, machen will, sage ich jetzt einfach sieben. Sieben. Ähm, da mache ich mal weiter, weil Jan ist der Letzte, da er die Zusammenfassung gemacht hat. Erkennt ihr da ein Schema? So funktioniert das nicht. Ja. Ähm, das hat jetzt drei Staffeln gebraucht. Ich gucke jetzt tatsächlich nach in allen Folgen. Ja, guck mal nach. Okay, Moment. Ich fand die Folge, Moment, ich habe das auf Papier noch. Moment, ich habe es in meiner Wasserflasche. Ja, ich habe Schrauben gehört. Ähm, ich fand die Folge auch gut. Ich würde dir sogar acht Punkte geben. Boah! Ähm, ja, das stimmt schon. Das ist eine Vorbereitungsfolge. Aber ich habe der Letzten, glaube ich, nicht so richtig viel Punkte gegeben, weil ich die so ein bisschen lahm fand. Da war Starbuck und diese, diese triste Szenerie so lange drin. Und diesmal waren, waren, waren halt ein paar Neuerungen drin. Man hat jetzt gesehen, wie sich Boomer auf dem Planeten bewegt, wie die da so agiert. Ähm, ja, letztendlich sieht man ja, wie die ganzen Pläne jetzt ausgeführt werden. Was ich aber insbesondere schön fand, war halt auch der Anfang, wie sie das gelöst haben mit diesem, mit dieser Exekution, die ja beim letzten Mal scheinbar nicht mehr aufzulösen war. Wir aber schon vermutet hatten, dass sie irgendwie aufgelöst werden wird. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass da diese drei Trupps aufeinander getroffen sind. Und mir hat die insgesamt gut gefallen. Ich fand es, wie schon gesagt, ein bisschen seltsam, dass das jetzt Biers war und nicht Six in dieser Szene. Jagd auf Hera, sage ich mal. Aber war alles trotzdem okay. Ich mag Biers und die soll das weitermachen wegen mir. So, der Cavill hatte ein paar schöne Auftritte. War gut. Es war eine gute Folge, fand ich. Acht. Und Jan? Ja, ich gebe auch eine Acht. Er hat einen gut die Bühne gelegt für das große Finale mitten in der Staffel oder am Anfang der Staffel noch. Er hat es halt gekonnt, gut gemacht. Er hat schon viel gesagt, brauche ich nicht mehr sagen. Acht. Dann die letzten Worte von Ben. Juhu, ich kann anfangen. Ähm, letzte Worte von mir ist der Titel dieses Liedes, das gespielt wird, als die beiden sich verabschieden. Und das ist Admiral and Commander. Dann sage ich, Leiter. Und? Jan? Das hätte doch auch Apollo machen können. Okay. Wir sind alle besser als das Nächste oder als das Vorherige. Ich kann mich kaum entscheiden, dass ich da als Folgentitel nehme. Alles. Vielleicht müssen wir Mario nochmal fragen. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Schnell noch mal mit dem Papier. Vampir? Vampir? Jetzt habe ich meine Internetseite verändert. Ich muss wieder zurückscrollen. Oh. Nein. Da geht's. Und?